Hallo ihr Lieben! May the 4th be with you! Ich will euch gerne ein kleines Angebot vorstellen, das ab morgen, dem 4. Mai und noch den ganzen 5. Mai gilt. Nämlich coole Legion Bundles. Ihr könnt ja richtig durchstarten. Was ist in den Bundles drin? Ihr kriegt jeweils eine Clone Wars Grundbox. Ihr kriegt je nach Fraktion für die Republik in diesem Bundle einmal Klontruppen, Phase 1, eine Padme und den Säbelpanzer. Bei den Separatisten bekommt ihr natürlich ebenfalls die Grundbox, einmal die B1 Kampfdroiden, einen Cat Bane und den AAT Kampfpanzer. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das Tolle an diesem Bundle? Das Tolle an diesem Bundle ist, ihr bezahlt die Grundbox, die Truppenbox und das Charaktermodell und den Panzer lege ich euch gratis oben drauf. Das heißt, ihr habt im Endeffekt in diesem Bundle den gratis Panzer. Ihr zahlt nur die anderen drei Boxen. Ja, ist das cool oder ist das nicht cool? Die Verfügbarkeit dieser Bundles ist begrenzt. Wir haben nur wie gesagt eine begrenzte Menge. Ihr könnt am vierten zuschlagen, ihr könnt am fünften zuschlagen. Wenn weg, dann weg. Aber da lege ich jetzt noch einen drauf. Erstens gibt es noch ein paar andere Boxen, die wir aktuell im Angebot haben, zum Beispiel die Spezialisten der Republik und der Separatisten. Das ist vielleicht eine gute Ergänzung für dieses Bundle. Außerdem haben wir noch ein paar andere Boxen aktuell zum Nice Price. Arctrubler, ATRTs, der Republik, Steppiloten, die riskanten Einsätze. Also da könnt ihr eventuell einen richtigen Schnapper machen. Und das ist immer noch nicht alles. Ich hau noch einen raus. Den ganzen Mai über gibt es die Möglichkeit, einen Limited Look zu gewinnen. Was müsst ihr tun? Ähnlich wie bei der Osteraktion 10 Euro Bestellungen in den Los-Pool. Nur diesmal läuft es so, pro 50 Euro Warenwert, den ihr erzeugt in der Bestellung, wo ein Star Wars Legion Artikel drin ist, bekommt ihr ein Los. Das heißt, ihr bestellt für 100 Euro, ihr bekommt zwei Lose. Ihr bestellt für 150 Euro, ihr bekommt drei Lose. Und da die Aktion im Monat geht, ist es auch so, wenn ihr nächste Woche nochmal bestellt für 50 Euro, kriegt ihr einen zusätzlichen Los. Das Einzige, was nicht gilt, Bestellung unter 50 Euro mit einem Legion Artikel, zählen nicht rein. Sie müssen also über 50 sein und jeweils volle 50. Wenn ihr zweimal für 125 Euro bestellt, dann sind es leider auch nur vier Lose. Wir werden das nicht zusammenrechnen. Soviel dazu. Ihr könnt das Ganze natürlich dann mit anderen Artikeln kombinieren. Wichtig ist nur ein Star Wars Legion Artikel muss drin sein, dass er rein zählt. Und damit ich mir auch sicher sein kann, ihr habt dieses Video gesehen und macht an der Luke Aktion mit, gibt es den Gutscheincode Luke, den ihr bitte bei der Ende der Bestellung eingebt, damit ich weiß, ihr wollt am Gewinnspiel mitmachen und nicht einer gewinnt, der gar nichts vom Gewinnspiel weiß. Und ich sage es euch, jetzt wird es richtig gut. Ich hau noch einen raus. Es gibt einen Luke zu gewinnen. Aber nein, nicht nur einen. Ihr könnt auch einen zweiten Luke gewinnen. Und weil alle guten Dinge drei sind, gibt es auch einen dritten Luke. Ich sage es euch, das gibt es nicht beim Origami, das gibt es nicht beim Taschengeld-Räuber. Auch nicht beim Kampfbär. Das gibt es nur bei mir. Und was ist cooler als noch drei Lukes? Ihr könnt noch das Child gewinnen. GroKu. Der macht coole Geräusche. Den werdet ihr lieben. Den könnt ihr mitnehmen zum Kuscheln im Bett. Den könnt ihr verschenken. Den könnt ihr euch ins Regal stellen. Was auch immer ihr damit machen wollt. So. Das war es jetzt zur Star Wars Aktion im Mai. Die läuft ab dem 4. Die Bundles am 4. und am 5. Die Aktion für den Luke läuft den ganzen Mai und wird dann Anfang Juni ausgelost. Der Fairness halber muss ich sagen, auch wenn ihr mehrere Lose im Topf habt, wenn ihr einmal was gewinnt und ich euch noch ein zweites Mal ziehen sollte, dann bekommt das Los nichts. Also ich möchte die Gewinne auch an vier verschiedene Leute verteilen und nicht mehrere an den gleichen. Ich denke, das ist für euch okay. Das ist auch nur fair. Und kombiniert es vielleicht noch mit einer anderen Aktion. Wir haben diesen Monat noch die Army Painter Wet Pellet im Sonderangebot, solange Vorrat reicht. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Stöbern und haut rein.